Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Elias und ich zeige euch heute den Tooster. Zuerst gehen wir in die hintere Sixthep Position. Nun springen wir mit unserem rechten Bein durch unsere linke Hand und unser linkes Bein. Das sieht dann so aus. Nun wechseln wir die Seite. So, jetzt legen wir die rechte Hand zur linke Hand und springen nun einmal auf die andere Seite und wechseln dabei das Bein. So, jetzt wechseln wir das Bein wieder und springen noch einmal herum. So, so schnell sieht das dann so aus. Ich hoffe es hat euch gefallen und viel Spaß beim Üben.